Das wird, das wird eine richtig geile Runde, Alter. Ja. Also macht schon mal eure Aufnahmen bereit, wenn ihr das wollt. Hast du Profimap, oder? Das ist fortgeschritten, wir fangen mit fortgeschritten an. Oder warte, vielleicht finde ich noch eine kleinere auf Profi. Ja, dann werden wir da vielleicht schneller durch. Ich habe keine Profi. Ach, schade. Na gut. Mach mal Sensoren rein, ja. Wenn man nur einen Sensor jeweils rein machen soll, ja. Machen wir wirklich dann ganz, ganz hart, okay, alles klar. Eine Sensor, also nicht zwei. Also jeder braucht noch eine Handkamera. Keine Sennetippeln. Keine, doch schon, würde ich sagen. Wenn es nicht. Sonst machst du ja, das machst du ja gleich gar nichts mehr. Ja. Obwohl wir ja, glaube ich, sind sie gleich gestreckt. Mit Kerze relativ schau, was muss man sagen. Also was Sennetippeln geht. Müsste man eigentlich, ja. Ja, also ich wäre ready. Schau grad mal. So, du, woher. Ist das nicht, Maria? Schau grad mal alles durch. Ja, sonst ist gut. Ja, also ich, darum, wir beten habe, auf der anderen Seite des Raums zu bleiben. Und war das... Er packt eure Kameras bitte raus. Du, Midnight, ich hab mal ganz leise. Was ist denn los? Also werden wir ja immer so... Nein, nein, kein Spaß, sonst muss ich ihr gleich lieben. Kein Spaß. Ihr übersteuert extrem. Also bei mir ist alles gut. Also hier höre ich nochmal. Ja, in-game kann ich das ja pegeln, aber es ist halt eine Alpha-Geschichte. Ich verstehe, ihr seid alle voll hochgepatcht. Ihr seid schon zu laut, wenn ihr am anderen Ende des Raums seid. Macht eure Videokameras bitte raus, dann spart ihr euch das Rät von Michelle. Ja, ich hab alles rausgelassen, was ich jetzt, was wir nicht brauchen. Ja. Äh, ja. Wir sind weiß, wir sind sicher. Und noch einer brauchen in Kopfkamera. Also das wird, meine... Ich hab... Ich hab gerade noch eine hinzugefügt. Ah. War noch einer. Ja, jetzt, okay. Hallo, ihr Wimms-Ready. So, los geht's. Auf Profi-Ultra-Arts-Korn-Mega-Super-Super-Crazy-Shit-Hier. Parabol-Mikrofon. Die Dinger kannst du tatsächlich gebrauchen, wenn du das zum Schiff gehst. Wobei, Parabol machen wir, ne? Ja, Parabol ist in Ordnung. Da mach ich noch ein zweites Errein. Perfekt. Also low budget. Wir können nicht so viel tragen, ne? Ich wollte es nur sagen und so. Also ich renne mit einer Kerze rum. Ich auch. Der Bims ist wieder nicht bereit. Ah, der Bims hält wieder den ganzen Zugverkehr auf hier. Ehrlich, das ist unglaublich. Geht doch. Hey, ich starte das Spiel. Bitte vom Gleis weg. Die Türen schließen jetzt. Gut. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Gut genutet. Hier drin ist man halt genutet. Oh, 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 oh. Oh, shit. Hier muss man voll stöhnen, oder? Deswegen werdet ihr auch alle auf 30% gedreht. Was, 30? Und dann... Oh, ey, shit. Ja. Ja, kannst du... Geh ins Stream. Hör dich selbst, dann weißt du, wie laut er ist. Das ist insane. Das ist komisch, ey. Du bist jetzt... Ja, jetzt bist du akzeptabel laut. Ich bin auch ein bisschen ruhig. Also ich... Gut. Ja. Ja. Du bist auf... Du bist auf 40%. Geil, Mann. Sehr gut. Ja, weißt du halt, wie laut er eben gerade warst, ne? Quasi 60% lauter. Mach mal auf 100. Ach. Mach mal auf 100. Ja, hau richtig ans Wort. Nee, lass mal. Das ist in der Lobby. Ja, alles. Hallöle. Hallöle. Was ist das? Machst du dich gerade an, oder was? Was ist mit den Kerzen? Er macht dich gerade an. Es ist aber sehr gut. Und ich nehme noch Fotoapparat und, äh... Ach so, Thermometer. Die hätten wir auch rausmachen können, ja. Thermometer auch raus? Oh, ja. Weil wir haben den Atem, ja. So, Helm-Kamera. Ja, Mau. Und Geisterbox. Er ist überhaupt alle mitgenommen. Hä, warum sind die Kameras drin? Ich habe meine rausgenommen. Ich habe, ich habe ja einen Kameras drin. Gut, was haben wir denn? Machen Sie ein Foto vom Geist? Ja, habe ich. Oh, nee, die Häuschelstäbchen sind schon mal. Dreiiges Wasser. Ähm. Oder beide. Bitte nicht. Ja, er sollt abwaschen, okay. Gut. Was denn? Kriegst du Rücklag. Oh, zum Glück haben wir keine Häuschelstäbchen, Kass. Weil du greifst. Okay, er greift immer an, okay. Geil. Gut, dann würde ich mal sagen, ich nehme ja schon mal, äh, also ich habe noch die Geisterbox dabei. Ich nehme mal so einen Sensor mit und platziere den irgendwo. Ich nehme ein paar Bolle. Und dann ging, alles klar. Aber bist du? Mein Klassiker? Ich bin ausgestattet. Mein Name der Patrice Filii Spiritus Sancti. Scheiße, wir haben das Weihwasser vergessen. Ah, keine Sack. Das war noch eine schön dümmste Idee, die wir je hatten. Was? Das wird guuuuut. Okay, ich werde gut. Hallo. Ich bin da für den guten Tag. Ach du Scheiße. Und ich sehe einen Scheiß. Interessanterweise funktioniert die Kerze fast nur, äh, im Haus. Licht auf. In dem Kleinen. Äh, ne Hünder. In allen anderen verschwindet das. Aber ich hätte das vielleicht vorher sagen sollen. Licht zählt, oder? Was zählt? Licht. Also hier Lichtschalter. Ja. Keine Sorge, das geht schnell aus zwischendurch. Ähm. Ja, aber dann lacht alles schnell aus, ja. Aber lass mal zu zweit durch, ja? Also das ist, also, ne? Give us a sign. Zu viert? Ja. Bist du da? Moment. Bist du da? Okay. Nee, wir sind top ausgestattet. Ich sehe die Tür gar nicht, ey. Oh Scheiße, das ist... Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Okay, hier ist nichts. Alter, ich habe jetzt schon gerne... Das ist am wahrscheinlichsten, wenn ein Telefunk klingelt oder eine Tür aufgeht oder so. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, ey. Das Schlimme ist, also das Licht funktioniert nur richtig in dem Kleinhaus. Ja. Das hätte ich vielleicht sagen sollen. War eine gute Idee von dir. Das ist ein bisschen bergerlich, aber... Ja. Ach, der Borschenlicht, ne? Echt, ey. Also... Give us a sign. Wenn sie mir jetzt ins Ohr haucht, dann schmeiße ich halt meine Maus weg, aber sonst... Ach so, wenn es weiter nicht ist... Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hm, okay. Ähm. Ja? Ruhig immer mal die Türen hinter dir zumachen, ne? Damit du... Da, wo die Türen offen sind, könnte er drin sein. Ah, gute Idee, ja, ja. So müssen wir hier wirklich mit den richtig miesen Tricks arbeiten. Äh, jetzt... Ja, boah. Bedeutet Hardcore auch keinen Funk noch? Äh, wieso doch? Foto ist doch erlaubt, oder nicht? Ja? Foto ist doch erlaubt, oder warum nicht? Auf Funk. Äh... Ja, Funk ist... Ja. Bist du da? Entschuldigung. Bist du da? Melde dich. Gut, dann nicht. Gibt uns ein Zeichen. Da ist, glaube ich, gerade eine Tür aufgegangen. So in die Richtung hier. Die Richtung hier. Das ist noch zu. Es hat auf jeden Fall geklackert. Bist du da? Das könnte auch genau unter sein. Oh, hier, 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 hier. Ich habe die Stelle gefunden. Gefrier, Atem. Bist du da? Ich pumpe so ein Zeichen. Kannst du mal Licht anmachen, bitte? Oh, scheiße. Aber ich habe hier draußen auch. Scheiße. Scheiße. Wir sind oben. Leicht nach der Treppe links den Gang durch. Oh, shit. Ist er hier drin? Ja. Oder ist er da draußen? Ja. Bei uns hat jemand das Licht ausgemacht. Das stimmt, hier ist er auch. Scheiße, Mann. Bitte, was hast du denn? Das hat gerade das Licht ausgemacht. Kannst du schon mal einen Safe-Spot machen? Ja, mach das mal. Wir haben Gefriertemperaturen. Das ist wichtig. Bist du da? Bist du da? Sollen wir mal ein paar gucken, dass wir den Weg um ihn anpassen? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Wenn wir die Treppen hoch sind, links oder rechts? Sollen wir weggehen? Äh, keine Ahnung. Ähm, links. Gib uns ein Zeichen. Christopher, sollen wir hierbleiben? Bist du böse? Ja gut, also hier... Also hier sind Gefriertemperaturen in die Hände. Ja, wir wissen aber nicht, ob auf dem Flur... Hier ist die Kapelle. Auf dem Flur oder hier im Raum. Da ist auch ein Obolus drin. Ah, hier. Alles gleich, hier denn. Telefon. Oh, ach, oh Gott. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Lauf, 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 junge. Und tschüss. Und tschüss. Äh, wo ist denn das... Äh, ja, 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 Alter, hab ich mich grad erschreckt. Alter. Okay, ich geh zu den anderen, ja? Achso. Okay, ja. Alter, so erschreckt hab ich mich lang nicht mehr. Alter, ey. Alter, das ist... Das ist gleich ganz was anderes, ey. Vor allem, du weißt, du kannst ihn ja nicht verfolgen sehen, wirklich. Du kannst ja auch nicht sehen, wann er kommt, weil das flimmert ja nicht. Der verfolgt die Leute auch alleine, ne? Oh, Alter, ey. Auch in Gruppen, äh, auch in Gruppen. Und dann muss es natürlich noch das Grudge-Carroll sein, ey. Leck mich im Arsch. Oh, Mann. Ey, das ist ein ganz anderes Level so, ey. Oh, ey. Mann. Alter, guck mal, der hatte da 10er-Aktivität. Der hätte da schon für 10er-Fahrseite. Äh, oben, ne? Ist das hier jetzt eins, oder? Ne, ist oben. Shit. Und wir müssen rechts rum. Links rum, wenn wir reinkommen. Also, wenn wir reinkommen... Dann... Links rum... Eben, Moment. Links? Ja, die Treppe gut, und dann rechts. Stimmt, wenn wir rein, links... Und dann rechts. Wenn wir jetzt ganz hinten... Okay. Alles klar, raus. Ja, du, wir müssen den Flur hier runter. Also, wir gehen mal die Sicherung anmachen. Äh, ist eine gute Idee. Dann finde ich vielleicht auch wieder... So, warte mal. Ich nehme die Gäste, aber jetzt nicht mit. EMF brauchen wir noch, ne? Hat jemand von euch EMF mit? Äh, ich hatte das. Ich habe das in den Raum reingeschmissen. Alles klar. Oh. Oh. Gut, ähm, was brauchen wir denn noch? Nimm das Parabon mit. Fingerabdrücke. Nimm das mit, auf jeden Fall. Ja, wir brauchen noch ein Buch. Fingerabdrücke und ein Buch. Nimm mir ein Parabol mit, dann weißt du, wo der ist. Nimm das Parabol mit. Ne, ne, ich, ich, ich nehme hier... Den, nimm das mal mit. Du, du... Du kannst mich noch ein zweites... Ja, ich habe schon eins. Du warnst mich. Ja, ich nehme noch mal ein zweites einfach. Du meinst, ich, äh, nimm... UV-Lampe mit. Wir brauchen eigentlich noch ein Buch. Du kannst dich anklemmen. Mach, du, mach die, äh, Dings an. Ne, mach die Kerzen. Denn dann kannst du die, äh, T drücken. Hast du die UV-Lampe als... Dann. Nö, funktioniert nicht. Also, wo ist denn der Stromkasten? Hab da mal... Äh, wir gehen jetzt da hin. Wir bräuchten noch jemanden, der mit ein Buch da hingeht. Okay, ich kann auch für euch jedenfalls vorwarnen. Alter. Ach ja, stimmt ja, das war ja, ja, ja. Ich vergass. Alter. Ich krieg' bestimmt noch einen Herzinfarkt. Ich sterbe heute noch. Ja, Telefon. Okay, bei ganz Hardcore dürfte aber die UV-Lampe auch nicht da sein. Da müsste man nicht Lichtlichtern nehmen. Eigentlich ja. Müssen wir fürs nächste Mal. Äh, Noch zwei weiter. Und jetzt rechte Seite. Hinter der Tür. Wie denn? Wo sollst du wieder da sein? Nice. Okay, wir gehen wieder zum Raum. Also. Theopraktik. Wer bist du? Ja. Ja, hier, hier. Äh, wir wollen mich nicht zum Raum. Ich muss noch ja Fingerabdrücken und so. Ah ja, guck mal da mal an. Ich möchte ungern alleine. Radio? Das ist auch cool. Geister FM. Wir möchten dich enttäuschen. Ja, der Leo Xtreme. Boah, das wäre so geil, wenn es für so Hardcore-Shirt extra Wohne gibt. Äh, sind wir richtig hier? Scheiße. Ne, wir sind doch... Äh, Leute, können wir uns vielleicht mal zum Raum weisen? Ich glaube, wir sind hier falsch. Äh, ich bin... Ach so, warte, ich... Pst, 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 pst. Pst, pst, pst. Komm, komm. Okay. Mann! Alter! Was Schlimmes ist, ich muss auch pissen, Alter. Sehr gut. Wagen nur 30 Sekunden. Boah, wie schick. So, äh, links von euch, außen, ihr seid jetzt zusammen, links. Und dann kann er in die Treppe, in die eine, in die andere Richtung. Hä? Aber... Da war er, da war er. Komm, 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 komm. Zurück, zurück. Nein, 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 nein. Wir haben den Geist 놓chen gehört. Der Geist war da. Ist Gary bei dir? Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, der war direkt hinter mir. lebt alle leben alle noch ich glaube einer der punkt ist gerade wenn ich wüsste wo dann ja ich sehe gar hier ist gerade das licht angegangen ich gehe richtig ich will nur aus der mittel ist ja alles da treppe runter und dann links notfalltür alles klar bin draußen leck mir am arsch so ich nehme ein knickling mit knicklicht ist natürlich gute ganz eine treppe schmeißen ja die uv-lampe ist eigentlich illegal deswegen brauchen wir ja um fußspuren und handabdrücke zu finden dafür haben wir das hier das geht auch mit dem knicklicht dann ja das geht auch er war schon sehr gut am handen ja also er hat zehn sekunden zeit also wir brauchen noch ein buch aber man kann nicht sagen der gary ist aber auch instant wie er zum raum gelaufen und dann ist er von von hier unten links von der von der barke diagonal durch die map geschossen ja richtung ausgang und war dann weg so gut also wir haben kälte ja ich würde sagen auf der russen der bitte nicht mehr hardcore dankeschön profi meinte ja machen wir ich melde mich aus dem jenseits ich kann sagen wovon davon wo der geist kommt lassen wir das zu jahre oder was war von wo der kann wo der geist kommt aber wir wissen ja wo der ist ja aber wenn er auftaucht hast du wo er denn hinläuft das ist doch dann aber das ist ja aber nicht hardcore modus ja gut dann gehe ich wieder raus ich kann ja nicht die tür war ja verschlossen hätte es ja wieder reingehen können wie war ja abgeschlossen geht dann der drinnen kennt okay wollen wir alle drei mal zum raum ich habe gerade gefriertemperaturen eingetragen ja das stimmte so um mf haben wir jetzt aber noch mal ein paar räucherschöpfchen mf aber nicht fünf oder bauten buchbar und auch als die durch gebrannt die das schlusschen hat wir sind einfach schon durchgebrannt die wir wollen auch ein buch abo bau nur noch muss nur bekommen geben moment mal nachgucken den linker rechter eingang gerade aus hoch rhein-rechts hoch und dann längst ja ich habe mein Problem eben war das war dass wir hier du konntest da oben nicht langlaufen wieder ach da waren wir hier durchsicht nur ach du scheiße ey bei mir war der richtig lust bist du da ach du bist da hinten ach da bist du alles klar willkommen kommen ich fackel den Schuppen ab brenn die bitch nieder oder brenn die bitch nieder oder oder ihn oder ich sag's dir ich brauch ein bisschen trockenes Holz und dann Alkohol und Montefall weg den Schuppen ja mach's den Klassiker sagst das ist eine Notfalltür die geht nach außen auf ja wir haben Schwierigkeiten mit Türen aber es kriegen wir ich geh voran ich hab das stärkste Licht sehr gut sehr gut möge die ganze Mitte sein äh Feuerzeug ich hab kurz gedacht er handelt ja mit Feuer erkennen wir das nicht aber ich weiß nicht warum hat sich Gary denn nicht in die Kirche gerettet ich hab mich in eine Ecke gestellt und bin gestorben ich hab ja ein Foto dabei da seht ihr meine Überreste du hast dich mitten auf den Flur gestellt kein Wunder ähm wo ist er denn wo ist er denn ach da hinten war das hier ist die Kirche hinten links so guten Tag ähm bitte schreib äh schreib in das Buch schreib in das Buch du musst es sein du musst ein Zeichen er hat irgendwas gemacht er hat geflackert guck mal da auch mal hat er hat er hat er hat er oh shit ey ah Deflon ah ist durchgegangen die Fotografie mal ganz kurz äh kann mir einer mal Licht geben für das Telefon sollen wir gehen ich weiß nicht, wenn Gary sagt bitte wenn er kommt weil das ist schon ziemlich scary ich weiß mal kurz Licht geben für das Telefon ja ich pass mal auf oh 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 wie die Kapelle also noch sehe ich die nicht laufen es ist vorbei hauptsache wir rennen alle weg hauptsache wir rennen alle weg ja die sind mal extra panisch ne aber ich wollte nur das Telefon fotografieren hä hä ist jetzt der andere Raum jetzt ist der Raum bitte jetzt ist der Raum der hier? nein ja doch von da aus kam gerade das Telefon ja der kann in anderen Räumen der kann in anderen Räumen in Zeichen gehen Christoph hör jetzt mal auf hier was soll denn der Scheiß sollen wir gehen sprich zu uns schreibe etwas ins Buch schreibe in das Buch Spasti schreibe in das Buch wo bist du? ja das Ding mit den Beleidigungen wo bist du? meinst du der Christoph als Analphabet? man weiß es nicht ich glaube das ist ein grenztibiler alles klar ja doch ist doch alles ok oder? Ich weiß halt nicht, warum wir hier... Es ist kein Wind. Ey, Alter, das klingt überlaut. Moin. Also, Bams macht hier so ein bisschen Panik gerade. Ey, hol mal auf damit jetzt hier. Was ist denn los? Der Herzschlag, der schlägt schon doch. Er ist da. Hat den Bewegungssensor auszulitzt. Und der Geri, bist du das? Ne, das war ich. Entschuldigung. Ach ne, der will eben sterben hier noch. Was? Habt ihr gerade Geri gesehen? Ja, Geri kann ja auch durch den Bewegungssensor... Ich kann durch den Bewegungssensor laufen und dann... Sekunde, ich laufe mal durch. Wolli, shit, Alter. Zack, grün, rot. Der macht uns fertig, der macht uns fertig. Ruhig. Ja, was noch? Sei doch mal ruhig, wir... Oh, nein, danke, ich ging den Call nicht. Mann, ey, wir reden hier gerade. Halt mal Maul hier. Also, wir haben, äh, EMA5. Was, EMA5? Was hast du gesagt? Geisterbox? Ne, geht... Also, ich glaube, es war roter Ausschlag komplett. Okay, wir können das ja mal anziehen. Er hat er geschrieben auch nicht, oder? Dafür müssen wir nochmal hin. Kommt ihr nochmal mit fürs, fürs Buch? Oder was? Oh, ich seh' ihn gerade. Das war mal süß. Okay, okay. Hallo? Er ist unterwegs. Gary, musst du ruhig sein. Er kommt die Treppe runter. Und er ist weg. Mann, ich hab trotzdem die Gänsehaut bekommen, Alter. Machen wir jetzt mit oder ohne Gary? Alter, ich bin... Bitte? Na gut, es wäre aggressiver, wenn er ohne ist, aber... Alter, ich... Ja. Ich bin irgendwie ohne Gary. Aber... Weil das ist ja... Das ist ja WeWallhack, quasi. Ja, gut, okay. Stimmt. Dann mal ohne. Okay, ich halte mich groß. Das ist... Wir versuchen hier... Das ist Hardcore. Achso, nee, ich muss B drücken. Ja, wir versuchen Hardcore, Gary. Das ist hier Rollplay, weißt du? Iggy Talk und so. Nicht, dass noch einer stirbt von uns. Also, keiner wichtig ist natürlich. Nicht böse gemeint, ne? Ja, ja. Also, ohne Spiegel kann ich das nicht verlegen. Wir haben keine Selle, die Pillen mehr. Das ist jetzt hier der falsche, ne? Das ist der falsche Klo, ne? Das ist der andere. Mein Chat möchte uns sterben sehen. Ich weiß nicht warum. Hm. Da, da hast du mal. Das ist die Seite, wo der runterkam. Sag mal, habt ihr alle Pillen aufgefressen? Ich hab einen genommen. Was? 5%? Oh, shit. Ja, also... Wie soll denn das gehen, Leute? Phantom Banshee. Also, ich glaube nicht, dass Gary alles weggesliffed hat. Und dann mach ich jetzt wohl den Commander, hä? So. Wer war denn hier an den Camps? Das war ich. Da, die Treppe gerade war der, wo wir runterkamen. So. Ähm, einer muss dann langsam nochmal reingehen. Wir müssen nach Geisterorbs gucken. Hö, hö. Also, ich denke mal, es ist ein Phantom. Weil, deswegen sind die Sanity stark. Ja, wir waren jetzt aber auch schon eine Stunde da drin. Außer, der macht die Sanity doch nur dicht, wenn du das Veacher- Ach, nee, gar nicht andersrum. Doch, wenn du das Veacher-Bord benutzt. Nee, nee, auch wenn du so durchgehst. Ja, also, ich würde sagen, wir haben fast einen wichtigen Mann verloren. Also, würde ich sagen, Phantom und dann nach Hause einen Kaffee trinken, oder? Moment, 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 Moment. Moment, wir müssen doch das Waschbettel nehmen. Ja, aber das kommt so gut wie es nie vor. Also, wenn der so aktiver... Das nur, wenn der... Das... Danach geht das doch aber hier nicht. Ihr wollt doch jetzt nicht gehen, oder was? Was ist... Äh, Leute. Ja, aber Waschbettel... Äh, jetzt werden wir aber frech. Also, solange mindestens noch einer lebt, dann können wir darüber reden, dass wir gehen. Aber doch nicht vorher. Hallo? Also, ich meine Dumme ist auch, dass das so passiert. Guck mal, das kriege ich hin. Das mache ich so, äh... Das ist noch eine letzte Kamera für dich. Sag mir mal... Ja, warte, ich suche... Was? Ich habe schon. Ich habe doch eine auf. Eine Fotokamera. Eine Fotokamera? Ich habe eine. Ach so, gut. Das passt ja. Also, stehe ich mir noch ein Auge aus hier. Wir haben doch ein Foto vom Geist. Gary hat doch sein Leben geopfert für das Foto. Echt? Das habe ich auch gesehen. Wir brauchen das Waschbecken. Oh, stimmt. Und wir müssen noch herausfinden, ob wir Fingerabdrücke haben. Ja, das ist schwieriger. Was ist das andere? Äh... Naja, nützt ja alles nix, ne? Ich glaube, wir müssen halt rein, ne? Hepp, hepp. Äh... Beste Ergebnisse... Ach, Louis Beams, 30 Prozent. Was für ein Zufall. Durch Zufall. Aha. Der ja nur einmal Peen genommen hat. Ich sag euch mal was. Ist davon halte. Wir bleiben auch hier. Keine Angst. Nein, danke. Ach, Mann, ey. Das ist ganz nett. Ich gehe jetzt einfach. Also, ich würde sagen, die nächste Runde machen wir aber nicht Hardcore-Dich, ne? Ja, komm, ich komme mit. Ich gehe mit ihm. Ich beobachte euch. Kannst du auch nicht arbeiten. Das sind keine richtigen Geisterjäger. Ich komme mit dir. Keine Angst. Was? Ich habe ja auch eine Kerze. Sehr gut. Aber der mit der größten Sanity, der die ganzen Drogen weggefuttert hat, der traut sich nicht. Guck mal diese Bämse hier, du. Mann, Mann. Dann soll es vorsichtig sein. Ich habe Beans gegessen. Das ist Stichflamme und Feierabend. Dann bist du unsere Geheimwaffe. So. Also, wir müssen noch, wir können ja schon nach Waschbecken suchen. Ja, das schön will ja. Wo war denn... Sag mal, wo der Stromkasten war. Jetzt hier links und dann kannst du nicht. Ihr lauft nach links. Jetzt müssen wir ganz durch. Weiter geradeaus, weiter geradeaus bis zu den nächsten. Und sag auch an, wer denn Aktivität ist. Weil wir sehen das ja nicht. Oder er sagt dann einfach nichts mehr. Der ist gerade auf... Was? Der ist gerade auf was? Auf Wanderschaft. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ab. Ja, also, wir sind jetzt auf der falschen Seite gewesen, oder was? Ja. Das sagt immer gerade auch was. Sicherungskasten ist auf der anderen Seite, leider. Aber im Erdgeschoss, ja? Äh, nee, oben. Wenn ihr gleich die Treppe habt, dann geht jeder hoch. Nee, da... Das ist ein Waschraum. Ich muss gucken. Ach so, das hörst du dann. Aktivität kann nicht auf einen. Du hörst dann, wenn das Waschbecken läuft. Aber hier ist kein Waschbecken. Dort ist das Schlimme. Warum... Du rauscht zu sein zwar. Ich rauche. Ach, das ist... Alles gut. Das hört sich seltsam an. Uh, Moment. Sind wir im Flur? Ach, wir sind unter der Trimme. Wir sind noch unter der Trimme, ja. Wir müssen nicht hoch. Er war etwas verwirrt. Alter, mit der Kerze macht mich echt fertig, ey. Da ist das Telefon. Telefon, Telefon. Telefon. So, jetzt hier. Ah, Mist, geht noch nicht. Ah, Mist. Da müsste es die vierte Tür, glaube ich, sein. Uff. Ist das hier? Noch einen Raum weiter. Ah, ja. Einen weiter noch. Ah, ja. Der Typ mit der meisten Sanity, ne? Ach, leg mich am Arsch, Alter. Ach, leg mich am Arsch, ey. Geht's wieder. Alle noch am Leben, ja, alle noch am Leben, ja, alle. Gut. Was war denn das, Alter? Aber, wenn Sanity sagt, aber, dass es euch nicht gut geht, ne? Hm? Ich glaube, da müssen wir beide jetzt rauskommen und der mit dem Stärksten muss reingehen. Ja, aber, wenn ich so rauskriebe, ist das nicht das nicht, ne? Ja, ich glaube, da müssen wir uns um... Ja, ich glaube, da müssen wir uns um... Ja, ich glaube, das ist das nicht... Ja, ich glaube, da müssen wir uns um... Wunderschön. Mann, was ist denn los mit dem Typ, Alter? Der ist ja richtig aggressiv. Naja, gut, das ist ein Phantom halt. Also ein Phantom greift sehr oft an. Ja, ich glaube, wir sollten raus, oder? Oder willst du noch mal... Aber das Ding mit dem Waschbecken ist halt so eine Sache, ja? Du würdest halt das Geräusch hören und dann wüsstest du, dass er da ist. Ja, ein gewisses Sein. Er kommt gleich hier rein, ey. Kann durchaus sein, ja? Ja, aber ich hab keinen Bock mehr, eigentlich. Die Licht ist schon mal an, das ist gut. Christopher, bist du da? Wasch ab. Und wasch dich. Hallo. Hey, du Dränksbeilk, bist du hier? Bist du Hausmeister gewesen? Bist du fett? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hat deine Mama dich nicht gestellt? Du Schick. Ah, wieder EMF hier. Ja, das, das, das mit dem Duschback funktioniert immer wieder. Das ist kein Spaß. Das ist so eins dieser Wörter, die wirklich immer gehen. Lass du auch jetzt klopfen? Ja. Alter Mann, ey. Was sollte das? Ruhig wäre jetzt noch, wenn man da unter dem Spalt so jemanden lang gehen sehen würde. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ah. Gut, dass du das sagst. Gib uns ein Zeichen. Du hast keine Geistaktion. Mhm. Ja, ich glaube wir müssen zurück, oder? Also eher, also. Die Frage ist, wo könnten noch Waschbecken sein? Man macht das im ganzen Raum oder im ganzen Haus oder nur wirklich da, wo auch die Aktivität ist? Berechtigte Frage. Warum geht das Licht nicht? Ja, weil das nicht der richtige Schalter ist. Mist. Der macht uns, Alter. Der macht uns fertig, Alter. Du bist geflogen. Nee, nee. Du darfst nicht zu viel Licht anmachen, sonst fliegt die Sicherung. Ah, okay, okay. Lass du den Schalter da vorne wieder ausnehmen? Ja. Okay. Noch ein weiter. Profis. So ohne Licht ist schwierig. Ja. Wenn er hundert. Und, naja, wir wissen ja, wer im Wagen ist. Hems, bist du tot? Ach. Ähm. Ah, alles in Ordnung. Ach Gott, alles in Ordnung. Gehst du da vorne an den anderen Schalter? Ich versuch's. Wenn du vorne anmachst, sagst du Bescheid. Okay, ich bin da. Okay, ich bin da. Okay. Boah, ist das eklig, Alter. Wo? Wo? Wo könnte jetzt... Also machen wir's so, falls einer von uns stirbt, raus. Schreien und wegrennen. Schreien und wegrennen. Schreien und wegrennen, ja. Eigentlich müsste der Mr. Bams dann einfach reingehen, ja. Ja, der muss unsere Leichen fotografieren. So geht's ja nicht, ne? Unter anderem. Haben wir eigentlich ein Foto von Gary gemacht? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das zählt. Okay. Müsst du ja eigentlich. Das zählt. Sehr schön. Danke. Das Problem ist, dass wir... Sind wir richtig? Boah, Alter, er ist aber auf Wanderschaft, ne? Scheiße, Mann, sind wir richtig? Ich seh halt nix, ne? Ich auch nicht. Ich find aber auch keine Lichtstadt. Die Wand! Alter, wo sind wir? Du musst erst nie zur Badezimmer! Guck mal! Weiß ich nicht. Wir haben die Aufgabe zu trinken. Hilf uns! Boah, Alter, Mann. Okay, hier sind wir schon... Oh. Wir sind am Todesraum. Das Licht geht wieder nicht. Achtung, der kommt, der kommt, der kommt. Na doch, hinter den. Von hinten. Oder das ist... Nee, das war ich. Entschuldigung. Mann, Terry! Oh, der macht mich... Oh, Alter! Ja, das Licht... Das Licht geht aber hier, da. Ah, okay. Du hast fast da angemacht. Okay, das brauchen wir nicht. Das müssen wir aber noch... Nee, wir müssen... Gucken, ob hier irgendwo noch Waschbecken sind. Give us a sign. In dem ist das hier... Hier sind Waschbecken, aber... Es könnte... Ah, ich will... Ah, jetzt ist da im Flur wieder... Da ganz hinten das Licht an, aber nicht bei uns. Hast du das Licht ausgemacht? Ja. Ja. Ah, perfekt. Ja, wir müssen ja mal so versuchen, in der Nähe bei uns immer mal Licht anzuhaben. Ich vertraue dem Bembs nicht, der guckt da nämlich nicht hin. Den Bembs hast du vielleicht schon Orbs gesehen oder so? Äh, ich hab die ganze Zeit bei euch drauf geguckt. Alter, wie wohnt man sich hier gleich fühlt? Ja, ist wohnlich, ne? Der kommt, der kommt. Der ist sauer. Das ist echt grad nur was anderes, als wenn man normal spielt, ey. Oh, Mann. Heu mal auf, du Arschloch! Geht das wieder? Ja, geht wieder, ja. Licht ist wieder... Da haben sie wieder das Licht ausgemacht. Ah, okay. Ne. Äh, ich hab am... Ich hab noch versucht das Licht ausgemacht, aber es geht anscheinend nicht. Also, wenn das schon hunted. Ja, aber ist doch gut, weil man... Dann weiß man, wann man wieder los kann. Hier wär der Lichtscheider. Na gut, ähm. Hm. Also das mit dem Waschbecken wird langsam schwierig, aber... Ja. Aber auf jeden Fall müsste... Äh, auf jeden Fall muss BEMS noch rein und nach OPS gucken. Hm. Ist doch ne gute Idee, oder? Äh... Halt ich ein Ja. Ich hab da ein Ja gehört. Äh, das ist ein klares Nein von... Ich find's ein bisschen beängstigend, dass auch hier... Atem ist. Ja. Da wär's... Da war was, da war was. Ja. Geh mir auf den Sack der Geist. Seht ihr das? Da... Flackert. Aber was ist das? Das ist nicht BEMS. Jetzt geht's wieder, oder? Was hat denn da hier draußen geflackert? Ja, ich weiß auch nicht. Hier vorne, ne? Ja. Irgendwie hier. Vielleicht eine Straßenlanterre oder so, ich weiß nicht. Das war echt merkwürdig. Security hat draußen reingelöchelt, oder? Seine Taschenlampe hat geflackert. Ja, ich weiß nicht. Ja. Was macht die hier? Äh, ja, wollen wir hier jetzt doch weiter, oder wollen wir... Ich glaub, der hat keinen Bock zum Abwaschen. Nee. Ich glaub, wir sollten gehen, aber wie kommen... Wo mussten wir? Hier, ne? Wir kommen zurück. Bitte, was? Wir sind unterwegs. Der Christoph will nicht abwaschen. Aber was willst du sagen, ne? Das ist halt, dass er sich nicht getraut hat. Das räckne ich ihm doch ganz niedrig an, du. Ah, ganz, ganz niedrig. Das ist so, ne? Weißt du, uns zum Sterben reinschicken und nicht mal nach Geisterau absuchen. So sind sie. Ja, das ist... Einmal mit Profis, ja. Wir haben wenigstens nach Dreckingen Geschirr gesucht. Eben, und dann sind die Tivari unten, ja, aber ganz unten. Ja, wir sind ja auch ein bisschen bekloppt, aber das ist was anderes. Ich würd sagen, wir sind mutig. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! Ich muss mal ganz kurz den Chat vorlesen, da steht nämlich nichts anderes drin seit einer Viertelstunde. Und jetzt gehen in der Schule die ganzen Lichter an und blinken, ey. Ah, der ist der Mutige. Los, du schaffst das, go! Oh, lol, das hat sogar funktioniert. Lol. Nice. Ja, gut. Ähm. Was? Wo? Ein Prozent, zwei Prozent. Du musst noch mal ganz kurz die Fotos an... Du musst noch mal das Foto angucken, ne? Ich hab ne magische Kerze gemacht. Wo ist denn ne magische Kerze? Na, die aufm Pott. Siehst du die nicht? Vielleicht nicht vollständig. Okay. Oder? Die fliegt da. So, ich hoffe Gary ist auch bei uns. Gary, Gary, Gary. Ja, ich bin Barry. Gary, okay. Okay, wir fahren los. Wir haben Phantom gesagt, weil er voll aggro ist. Yo. Ab geht's. Ja, ich weiß nicht. Aufs Dach. Doch. Nein. Doch nicht. Geht nicht. Ich. Oh nein, wir haben eine Frau verloren. Ja, Phantom. Geil. Haben wir Glück gehabt. Weil unser Geisterjäger ja nicht nach Orbs gucken wollte. Ey, das war aber echt intensiv, Alter. Das war echt intensiv. Also ich würde sagen, wenn dann machen wir noch ein Haus. Ja, da wäre ich auch für, ja. Ja. Ein Haus für die Kerzen oder wie? Also noch ein Haus mit Profi. Ja.